Einer der spektakulärsten Wirtschaftskriminalfälle ist vor dem Bundesgerichtshof zu Ende gegangen. Einer der reichsten Deutschen, Alexander Falk, hatte einen Killer beauftragt, um dem gegnerischen Anwalt eine ordentliche Lektion zu verpassen. Die Story, die ich euch gleich erzählen werde, könnte aus einem Netflix-Thriller sein. Sie stammt aber mitten aus der deutschen Gesellschaft und endet mit einem aufgegessenen USB-Stick. Also spitzt eure Öhrchen, liebe Leute, und hört mal zu, was hier auch in den besten deutschen Kreisen vorkommt. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei WBS Legal und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich, up-to-date bleiben wollt und vielleicht auch mal verrückte rechtliche Geschichten hören wollt, so wie diese. Ich kann schon sagen, sie endete mit einer SMS von einer nicht existierenden Oma und einem aufgegessenen USB-Stick. Doch fangen wir mal von ganz vorne an. Wenn sich Netflix, Amazon Prime und Co. zusammentun würden, dann würde wahrscheinlich genau das dabei rauskommen. Ein Hollywood-Krimi zur Primetime. Betrugsmaschen, Multimillionäre, Kopfgelder, Erpressung, Gier und Rache. Mit 31 Jahren war er der 86 reichste Deutsche, also den Top 100 der reichsten Deutschen. Und mit 40 saß er im Knast. Zu seinem 53. hat ihm dann der Bundesgerichtshof ein Urteil geschenkt. Die Rede ist von Alexander Falk. Die Älteren von euch kennen das vielleicht noch. Früher saß man auf dem Beifahrersitz und war gar nicht so entspannt wie heute. Heute muss man die Playlist verwalten, aber früher, da hatte man solche Stadtkarten in der Hand. Hier von verschiedensten, von verfeestigensten Städten. Und das Besondere hier an diesen Stadtkarten war, dass sie in einer gewissen Art und Weise gefaltet waren. Und das hatte der Vater von Alexander Falk, von dem jetzt hier gleich die Rede sein wird, erfunden. Also Stadtkarten, die in einer gewissen Art und Weise gefaltet werden können. Er hat es im vom Nachkrieg zerstörten Hamburg erfunden. Er hat sich da nicht zurechtgefunden. Dachte, diese Karten sind so riesig. Mit diesen riesigen Karten kann man doch nicht durch Hamburg laufen. Ich brauche was, was ich klitzeklein falten kann. Und vielleicht hat es ja einer schon mal gesehen, diese Karten sind wirklich klitzeklein. Damit sind die sehr, sehr reich geworden, die Falks. Und Alexander Falk hat als Erbe einen Anteil bekommen von 50 Millionen D-Mark damals noch. Ist in Startups damals eingestiegen. Hatte offenbar seine Anteile verkauft. Vielleicht wusste er damals schon, Google Maps wird kommen. Und ist auch mit Startups sehr reich geworden. Sein berühmtestes Startup hieß Ision. Ision war eigentlich nichts anderes, als eine Firma, die Webseiten programmieren konnte. Nur das eben schon sehr früh. Und sie hat die Webseiten Anfang der 2000, also vor 20 Jahren, für Chibo, für den Spiegel programmiert. Und damit zählte Falk zu den 100 reichsten Deutschen. Und um die Tat, diesen Schuss auf den Anwalt zu verstehen, muss man wissen, wie reich Alexander Falk geworden ist. Er hatte das Unternehmen an die Börse gebracht und hat es für 760 Millionen Euro an ein britisches Energieunternehmen verkauft. 760 Millionen Euro für eine Bude, die Webseiten programmieren konnte. Auch noch ein bisschen mehr, aber daher kamen die. Also 760 Millionen. Eigentlich würde man denken, alles fein für ihn. 760 Millionen, alles easy. Aber es war so, der hatte durch Scheingeschäfte, ein bisschen ähnlich wie Wirecard, den Börsenwert auf 760 Millionen hochgepusht. Und das passte natürlich dem britischen Unternehmen nicht. Und deswegen haben die Falk angezeigt. Haben gesagt, das ist ein Betrüger. Der hat vorher den Wert hochgepusht und er hat nachher dann eben abkassiert beim Verkauf. Wir hätten überhaupt nicht gedacht, dass das Unternehmen so wenig wert ist. Fakt ist, es gab zwei Prozesse rund um Falk. Ein Strafprozess, da ging es um den Betrug. Und einen zweiten Zivilprozess. Da ging es dann um die Rückzahlung der 760 Millionen. Gucken wir uns erstmal den Strafprozess an. Super lang, 157 Verhandlungstage. Urteil, vier Jahre Gefängnis wegen versuchten Betruges und Finanzfälschung. Eben weil er den Wert so hochgepusht hat. Falk kommt ins Gefängnis, damals schon, und lernt ein paar zwielichtige Typen kennen. Die hatten Verbindungen zum Rotlichtmilieu. Und da ist der Plan für den gleich weiteren Fall entstanden. Im Gefängnis sagt er, jetzt steht ja noch der blöde Zivilprozess an. Und diesen Zivilprozess führt ein Anwalt von Clifford Chance. Das ist eine weltweite Kanzlei. Und der Anwalt kam aus Frankfurt, Top-Kanzlei, weltweit unterwegs. Und er dachte sich, wie stoppe ich diesen Anwalt? Und im Knast, weil er eben den Betrug gemacht hatte, hat er sich schon Gedanken gemacht, wie stoppe ich diesen Anwalt, dass der mir nicht meine 760 Millionen wegnimmt. Ja, und die Jungs, die er da kennengelernt hat, waren aus der Hamburger Boxerszene. Und die hatten Pläne, wie könnte man Falks Unschuld beweisen, zumindest im Zivilprozess. Also haben die einen Profi-Hacker des türkischen Militärs beauftragt. Um an geheime Kanzleidokumente von Clifford Chance ranzukommen. Also sie wollten sich in die Kanzlei einhacken. Riesige internationale Wirtschaftskanzlei. Kaum machbar. Dann haben sie eine Putzkolonne engagiert, um da reinzukommen. Alles ohne Erfolg. Haben sie gesagt, Schitte, wir kommen jetzt nicht an die Dokumente ran. Wir müssen was anderes tun. Apropos Dokumente. Falls ihr privat krankenversichert seid, zum Ende des Jahres müsst ihr mal die Caption checken. Spätestens oder den QR-Code abscannen. Mehrere tausend Euro gibt es für alle Privatkrankenversicherten zurück. Also das Hacking ging nicht. Jetzt kam Alexander Falk aus dem Knast raus und dachte sich, irgendwie muss ich diesen blöden Anwalt von Clifford Chance stoppen. So und jetzt, wer ja 760 Millionen von ihm wollte. Jetzt hat er einen Antrag gemacht, also im Strafprozess einen sogenannten Adhäsionsantrag. Das heißt, man versucht auch im Strafprozess, im Betrugsprozess auch direkt schon die Knete aus dem Zivilprozess geltend zu machen. Fakt ist jedenfalls, Gericht hat erstmal Falks Vermögen eingefroren und hat gesagt, in erster Instanz 2012, lieber Falk, du musst, Herr Falk, du musst 209 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Also keine 750 Millionen, aber immerhin 209 Millionen. So viel hatte der den Wert seines Ision-Unternehmens eben entsprechend in die Höhe gepusht. Total sauer war der Falk und hat gesagt, dem Anwalt, dem zeige ich es jetzt heim. Der Anwalt, der kam schon seit 2009 Drohanrufe, Einschüchterungsversuche und unbekannte Männer tauchten immer wieder vor seiner Tür auf, hatten Schreiben ihm geschickt. Also das volle Programm eigentlich. Und da gab es einen kalten Februarmorgen im Jahre 2010. Und da machte sich der Anwalt aus einem ländlicheren Stadtteil Frankfurts auf den Weg zur Arbeit, in die Kanzlei. Doch bevor er ins Auto stieg, kam ihm ein fremder Mann entgegen und aus nächster Nähe zog er eine Knarre und schoss ihm ins Bein. Er sackte zusammen mit einer klaffenden Wunde im Oberschenkel, wäre fast verblutet. Die Notärzte konnten dann allerdings ihn noch retten. Noch im Krankenwagen, sagt der Anwalt, das war Alexander Falk. Polizei hat es nicht ernst genommen, hat auch nicht abgehört, den Alexander Falk ist erstmal nichts passiert. Es war so, der Anwalt sagte, ja es laufen Fristen im Zivilverfahren, der will mich bestimmt kalt machen, damit ich diese Fristen verpasse. Aber, und weil auch die Konten eingefroren sind, aber es ist nichts gemacht worden. Also die Polizei hat nichts gemacht. Viele Jahre später gab es eine Folge Aktenzeichen XY ungelöst. 100.000 Euro Belohnung hatte Clifford Chance ausgelobt, weil sie den fassen wollten, der auf ihre Anwälte da schießt. Und dann vier Jahre danach kam jetzt Bewegung in die Sache. Ein anonymer Informant meldete sich bei der Polizei in Hamburg und sagte, das war Alexander Falk und sein Bekannter und der Bruder des Bekannten aus dem Gefängnis. Die soll mit einem Mittelsmann den lebensgefährlichen Angriff auf den Frankfurter Rechtsanwalt geplant haben. Jetzt erst wird die Polizei aktiv und sagt, müssen wir mal langsam ermitteln, machen Telefonüberwachungen von Alexander Falk. Jetzt endlich, vier Jahre später, kommt aber nichts mehr rauf. Oh Wunder, war jetzt natürlich auch ein bisschen spät, muss ich sagen, dass dann bei der Telefonüberwachung nichts rausgekommen ist. So, dann vergehen wieder drei Jahre, wir sind mittlerweile im Jahr 2017, dann erhärten sich die Beweise und der Fahrer der zwei Gangster aus dem Rotlichtmilieu tauchte plötzlich auf. Der war Kronzeuge, weil jetzt überall ermittelt worden ist, hat die Polizei tatsächlich einen Kronzeugen. Und der hatte Tonaufnahmen, Tonaufnahme 1 aus einem Steakhouse und sagte, ja, hier hören wir, wie Falk gesagt hat, in Hamburg, in einer Tonaufnahme zu den beiden Gangstern. Der Anwalt muss kalt gemacht werden, diese Bazille darf nicht mehr existieren, dieses Schwein hat es zu weit getrieben. Ich will von ihm nichts mehr hören, er soll zum Schweigen gebracht werden, aber wartet damit, bis ich in Südafrika auf meinem Weingut bin. Das hat er gesagt und er soll dazu die Halsabschneider-Geste gemacht haben. Das sagte jemand, der dabei war, der Polizei. 200.000 Euro soll er im Umschlag übergeben haben, so macht man jemanden kalt. Zweite Tonaufnahme in Istanbul gemacht worden, in einem Lokal, im Sommer 2010. Und wie bei einem WM-Tor hat der Alexander Falk da über einen Anschlag gejubelt und sagt, Das war die einzige Konsequenz für die feige Anwaltsbazille. Also erscheint hier immer Anwaltsbazille. Sehr geil und das richtige Signal. Das gab jetzt eine kehrtwendige Ermittlung. Also wir wissen, im Krankenwagen hat die Polizei gesagt, kann man nichts machen. Nach vier Jahren Aktenzeichen XY haben sie abgehört, nichts gefunden. Jetzt kam der Fahrer als Kronzeuge, der Fahrer der ganzen Verbrecherbande und damit hatte man etwas in der Hand. 2018 dann Untersuchungshaftbefehl gegen Falk, Standhaftbefehl der Verdunklungsgefahr, Fluchtgefahr nach Südafrika. Und jetzt kam der Prozess. Die Staatsanwaltschaft vor dem Landkrieg Frankfurt hat gesagt, was der Falk gemacht hat, war eine versuchte Anstiftung zum Mord. Und das wäre klar, nur lebenslange Freiheitsstrafe für Alexander Falk. Der Richter, der hat gesagt, der Angriff, das war tatsächlich ein Angriff gegen den Rechtsstaat, weil man Anwälte attraktiert. Und hat aber dann gesagt, das ist nur eine Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung. Selbst wenn der Anwalt fast gestorben wäre, der wollte den nicht töten. Denn ganz klar ist, dass der Täter, der Täter selbst, der war hier wiederum nicht auffindbar, wir haben den nie gefunden, der Täter selbst, der hätte den jederzeit töten können. Der war Profi. Und ein Profi hat extra nur in den Oberschenkel geschossen, selbst wenn er fast verblutet wäre, ermorden wollten sie nicht. Deswegen versuchte gefährliche Körperverletzung. Und der Prozess 2019 vom Landgericht Frankfurt dauerte zehn Monate, 43 Verhandlungstage. Und das Problem war, das war ein Indizienprozess. Den Falk, der er leugnet bis heute irgendwas damit zu tun zu haben. Er hat gesagt, die Treffen mit den Brüdern waren inszeniert, er wurde erpresst. Der Kronzeuge, der war nur auf die 100.000 Euro Belohnung aus, die die Clifford Chancellor ausgesetzt hatte. Und die Ganovenbrüder, die sind mittlerweile abgehauen, auch nach Istanbul, haben jegliche Aussage verweigert. Also hatte man jetzt nichts. Man hatte nur eben diese Tonaufnahmen. Und Alexander Falks Verteidiger, der war sich erst ganz unsicher, ob er das Verfahren annehmen sollte. Er sagte, ich nehme das Verfahren gar nicht an, weil, naja, ich weiß auch nicht, wenn jemand da auf Anwälte schießt, hätte ich auch vielleicht ein bisschen Sorge, den zu verteidigen, wenn ich es dann nicht gut mache. Vielleicht schießt er dann auf mich. Aber, naja, der Verteidiger hat nachher gesagt, okay, ich mache es und hängte sich wirklich rein in den Prozess. Nach den Berichterstattungen hat er wohl ein bisschen zu viel amerikanisches Gerichtsfernsehen geschaut, hat durch und durch das Ganze inszeniert. Und sämtliche Statements gingen immer erst mal an die Presse, nicht so sehr ans Gericht. Alles ging an die Presse. Und Presseakten wurden mit USB-Sticks weiter verteilt an Pressevertreter. Es wurden Befangenheitsanträge über Befangenheitsanträge in den Prozess gestellt. Also war ein recht schwieriger Prozess. Aussagepsychologen gab es und Kronzeuge wurde eingeführt mit maskierten BKA-Beamten. Und dann lief der Anwalt offenbar, weil der Kronzeuge war jetzt im Zeugenschutzprogramm, lief dann in die Mitte, wie von der Tarantik gestochen, in der Mitte des Gerichtssaales, riss sich seine Robe vom Körper, weil er maskierte, mit Waffe kam und sagte, ich lasse mich nicht erschießen, der Anwalt von Falk. Ich lasse mich nicht erschießen. Der erste Prozess, den ich machen wollte, plötzlich Riesentoberwuhu im Gerichtssaal. Schaffen Sie die Beamten hier raus, schaffen Sie die Beamten hier raus, die den Kronzeugen vorgeführt haben. Der Richter wohl nur ganz cool hat gesagt, ja, gehen Sie bitte aus dem Saal. Dann sind die Beamten wieder rausgegangen. Daraufhin hat der Verteidiger erneut gebrüllt, sie sollen sie nicht bitten, sie sollen anordnen. Also ihr könnt euch vorstellen, was da los war. Wahnsinnige Taktik. Fakt ist jedenfalls, dass diese Taktik zwar alles verzögert hat, aber es hat dann doch keine Verurteilung verhindert. Die Tonaufnahmen, die allerdings vorgelegt worden sind, die hatte das Fraunhofer-Institut sich angeschaut und hat gesehen, 55 Mal waren die bearbeitet. Die Inhalte, der ist zwar nicht zweckentfremdet worden, aber eben diese Bearbeitung, die war dem Gericht dann zu viel. Das heißt, die Tonaufnahmen konnten auch nicht verwertet werden. Und wie ist der Falk jetzt erwischt worden? Ich habe es ja gesagt, durch eine SMS an eine nicht existierende Oma. Und die Oma-SMS, die soll Falk fünf Tage vor der Tat aus Hamburg bekommen haben. Da hieß es, an diese SMS, die Falk bekommen hat, alles in Ordnung. Wenn was nötig ist, besorge ich. Wir fahren morgen nach Hamburg, haben die nötigen Papiere, um ihrer Oma ihren Kuraufenthalt zu ermöglichen, so reden Gangster. Sonntags sind wir wieder hier und bleiben so lange, bis es geklärt ist. Macht ihr keine Gedanken. Sie wird ihren verdienten Kuraufenthalt bekommen. Also eine Oma, die Kuraufenthalt bekommt. Wie ist das Ganze zu interpretieren? Laut Gericht, es gab Schreibfehler und die deuteten auf den ehemaligen Knastkollegen von Alexander Falk hin. Also die waren ja vier Jahre, sah sie ja aber schon mal wegen des Betruges im Knast. Also, Knastkollege von Alexander Falk, das ist seine Handschrift. Aber jetzt das Problem, weder die beiden Brüder aus dem Knast noch Alexander Falk haben eine Oma. Die SMS war also das Hauptbeweismittel in dem Prozess und war ausschlaggebend für das Urteil. Allerdings auch Ausschlaggebend dafür, dass es kein Mord war. Denn, die haben ja gesagt, Kuraufenthalt und nicht Friedhof. Und da hat das Gericht gesagt, ja, die wollten sie nur in Kur schicken, aber nicht auf den Friedhof. Deswegen kein Mord. Dann gab es noch eine letzte Rettung der Verteidigung. Die hatten gesagt, es gibt einen USB-Stick. Der ist einem Anwalt von Falk angeboten worden. Auf dem ist entlastendes Material. Und da wird zugegeben, dass von dem Kronzeugen, dass er die Polizei an der Nase rumgefüllt hat. Fünf Millionen Euro wollte der Informant haben. Staatsanwaltschaft und Polizei, die stellen den Mann mit dem USB-Stick. Und als die Staatsanwaltschaft ihn festnimmt, isst er den USB-Stick auf und hat ihn wie Kaugummi zerkaut. War also nur noch ein unbrauchbares Stück Plastik und war nichts mehr zu retten. Ein Schuldspruch, vier Jahre und sechs Monate wegen Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung. Motiv, Rache wegen des Schadenersatzprozesses, das der Anwalt geleistet hatte. Also zwölf Jahre liegt die Tat zurück. Verurteilen vom Frankfurter Gericht ist jetzt zwei Jahre her. Letzten des Strohhalms war die Revision. Die musste wegen der Strafhöhe direkt zum Bundesgerichtshof gehen, wenn man zu vier Jahren verurteilt worden ist. Und der kannte dann nur noch auf Rechtsfehler sich das angucken. Und der hat jetzt gesagt, nö, alles korrekt. Alexander Falk ist zu Recht verurteilt worden. Die Täter, die wahren Täter sind bislang noch nicht gefunden worden. Alexander Falk wanderte jetzt erstmal hinter das Gitter. Ob er sich da auch wieder irgendwelche kriminellen Machenschaften, Bekanntschaften anlacht, muss mal gucken. Vielleicht hat er jetzt genug von Mafia und widmet sich sinnvolleren Kennzeichen, wie zum Beispiel dem Zeichnen von Karten, wie sein Vater das gemacht hat. Seine Frau und seine fünf Kinder, die müssen jetzt erstmal ohne ihn auskommen. Und vielleicht leiten die ja das Weingut in Südafrika weiter. Eins kann man aber sagen, neben einem Auftritt in Aktenzeichen XY ungelöst wird die Geschichte jetzt bestimmt nicht zum letzten Mal im Fernsehen zu sehen sein. Das ist doch eine Geschichte, wie die deutsche Kriminallandschaft sie selten gesehen hat. Also Alexander Falk, Millionenerbe, 86 reichster Deutscher, lässt einem Anwalt von einem Profikiller ins Bein schießen, nicht um ihn zu töten, sondern um ihn von einem 750 Millionen Euro Schadenersatzprozess abzulenken. Ich fand die Story so irre, die wollte ich euch gerne erzählen. Wenn die euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Apropos Krankenversicherung, ich hoffe, der Anwalt war krankenversichert. Und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle, wie schon wieder. Sagt auch mal, wie ihr die Story fandet. Ich fand sie einfach atemberaubend. Wir sehen uns morgen schon wieder. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.